Kommst du bei mir rein, oder? Ja, ich komm bei dir rein. Wie geht? Was macht ihr da für Sachen? Ja, ich möchte. Bin ich jetzt da? Ich hab das doch jetzt angenommen, Deins. Schick mal noch mal bitte. Ich komm einfach bei dir rein. Oder so. Eigentlich ist nicht der, der alle ein... Warte, ich muss mal eben schreiben. Ich kann ja auch bereit sein, ist ja egal. Wird eh gleich wieder laut. Also, ich soll jetzt mal die Heiler-Tussi nehmen, meinst du? Würde ich dir auf jeden Fall anvertrauen. Ich weiß nicht, wie du drauf bist. Wenn du sagst, du kommst schon nicht mit Betrugerei klar, vielleicht ist das keine schlechte Idee, die dann zu spielen. Also, mit der Tussi da, die diese Rauchbomben schießt, da hab ich wenigstens zwei Kills gemacht. Ja, gut. Ja, hey, hallo, ja. Und mit der, äh, Heiler-Tussi hab ich noch keinen Kill. Aber ich, ich vertraue euch jetzt mal. Ja. Oh, Leute, ich würd's auch so. Ach so, und du nimmst jetzt die, deswegen wolltest du, dass ich die nicht nimm. Ich verstehe. Wie, wie, wie gesagt. Ja. Die ist halt, diese... Ich glaube, die ist... bisschen einfacher für Leute, die schon... bisschen gespielt haben. Ach guck mal, schon zwei Kills. Nicht schlecht. Ja, du spielst ja die ganze Zeit mein Main, sah. Hat noch nicht mal angefangen gespielt und du hast schon zwei Kills. Ja, siehste mal. Jetzt komm ich so rüber, als wenn ich ihn hier den Scheiß klauen wollte, Mann. Ah. Mal leben. Na klar. Wir müssen jetzt hier, was ich muss springen. Ja. Ne, vergiss es. Wiedersehen. Springen, Junge! Wir gehen da hinten hin. Machen wir. Also gut. Bin ich zu meiner ersten Runde runter. Das war vor drei Runden. Das ist eigentlich ganz gut, ja. Also ich find's ganz nice, ja. Das heißt, du kennst dich schon auch in dem Spiel total gut aus, ja? Super, also vor drei Runden hab ich angefangen. Ja, da sind wir ja fast auf dem gleichen Stand. Wer hat dich da dann am Künstler? Guten Tag zusammen. Oh, jetzt versaut er uns die Aufnahme, weil er einfach rein, rein schrätscht. Junge. Äh, meinst du mich? Ja. Schon okay. Kann ich wieder gehen? Nein. Erzähl uns irgendwas. Wir haben sonst hier nichts zu tun. Wir fliegen hier grad nur rum. Ja. Ah. Ja. Wunder mich, warum er nicht im Discord sagt. Flugzeugträger hier, oder was? Komm auf hier. Toll, ich hab nen Wurfstern, oder sowas. Oh, hier, hier ist was schönes. Das Ganze explodiert oben beim Flieger. Wo ist er? Wo ist er denn? Ah, da hinten? Seid ihr denn schon zu dritt? Ja. Ja gut, dann hat's ja eh keinen Sinn. Hier hinten ist das Heil-Ding hier im Eck, ne? Oh, ich brauch Hilfe. Komme. Zwei Leute bei mir. Alter, was hat denn das... Ah, das bist du. Das ist echt... Auf weite... Auf weite Distanz sieht man halt die Namen nicht. Das ist natürlich echt doof. Oder wenn du drauf aimst. Hier ist er auf der anderen Seite. Zwei Hits. Da ist noch einer. Unten. Rechts unten. Einer daun. Hopp. Von rechts. Von der daun. Von rechts kommen, äh... Von hier kommen auch nochmal welche irgendwo. Auf jeden Fall wurde ich da grad getroffen. Ihr spielt in der Konstellation jetzt noch länger? Heinzer, oder? Denk schon. Weiß nicht. Du nimmst ja gerade raus. Alter. Hier ist Heilung auf jeden Fall. Bei mir. Dann bin ich mal... woanders und wollt euch nicht weiter stellen. Alles klar, hau rein. Alles klar, bis denn. Viel Spaß. Ähm... Hat jemand ein bisschen Heilung von euch? Kleine Medik jetzt. Äh... Kannst du mal deinen Kuh werfen hier? Ja. Hab ich da vorne, warte. Geht hier nicht mehr gerade. Äh... Ist da hier irgendwo gewesen. Warte grad von irgendwo, äh... Nordösten beschossen. Na ja, da oben einfach. Ja, da oben. Ähm... Eiche, perfekt. Ich seh nix. Ich seh auch nix, einfach mal hingeschossen. Ich bräuchte mal irgendwie... Eiche, blaue Rüstung. Ja, das ist nicht schlecht. Oh! Eieieiei. Äh... Gibt's da auch Visiere oder sowas? Ja, ja. Kannste finden. Weil... Die Waffe ist, glaub ich, jetzt gar nicht so schlecht. Triple Take heißt die. Keine Ahnung. Wie kann ich... Der Eindruck von... Heilobjekten dauert halt so lange, lol. Okay. Ach, ich hab hier was mit schwerer Munition. Ach hier, wenn du... Dauerhaft Leertaste drückst, dann... Ja. Du kannst die Wand hocken. Du willst nicht. Du kannst zumindest weiter die Wand hocken. Wurde mir vorne erklärt. Ja, du musst... Wenn du randspringst... Oh, meine Willty. Hier gibt's nix zum Looten, ey. Da ist echt übel, oder? Ja, hier ist noch ne Waffe jetzt, so. Und das wäre ja nicht. So ne Nahkampfwaffe hätte ich noch gerne. Ja, klar. Gönn dir. Dankeschön. Ja, ähm... So, jetzt. Wir gehen dir jetzt fighten, oder... Wir suchen uns noch ein bisschen bessere Waffen. Ich weiß nicht, was wir machen wollen. Oder wir gewinnen einfach. Also, ich würde auch noch mit fighten gehen, aber... Gut, dann gehen wir fighten. Dann gehen wir fighten. Kommt von nix, kommt nix. Hier irgendwo, ne? Weizen ist kurz verbleibend 38. Auch in Norden waren wir schon noch. Durch dieses Sliden kommst du recht schnell voran. Hier ist noch Moni. Was für? Leichter. Okay, jetzt gebootet. Okay, jetzt gebootet. Ja, okay, die sind wahrscheinlich auch schon weiter gedauert. Feucht noch schwere. Schrotflinten, hier ist überall nur Schrotflinten. Muni und Scheiß. Komm, komm mal mit, wir gehen da hinten noch zu rennen. Komm vor uns. Was, alle Richtungen? Versuchen wir mal hier noch was. Aber wir sind ja auch schön in der Zone, also... Wir sind ja auch schön in der Zone, also... Kommst du? Barney. Achso, in die andere Richtung. Ja, ja, ja. Da wurde... Da wurde er geloatet. Du hast doch schon dreimal gespielt. Du musst doch nicht... Nie hier runter. Boah, war das ein... Ah, ich brauche unbedingt einen... Naja. Naja, okay. Immerhin besser wie keins. Ich glaube, das ist so... Zumindest... So was wie ne Sniper. Bin mir aber nicht sicher. Hi. Hier ist, äh... Hier ist noch ein... Ja. Aber ich... Dachte, ich hab hier was gehört. Wo bin ich jetzt? Oh, komm ich jetzt hier wieder raus? Die haben hier alles... Ja, geloatet. Wäre wirklich nix wahr. Die sind aber nicht nett. Haben die einfach die Sachen... Hier ist ein besseres Korb, wenn du möchtest. Ja, ich komme. Haben die denn einfach die Sachen mitgenommen? Es geht doch nicht, oder? Kehrt doch jemanden, oder? Wenn es da rumliegt. Hat doch irgendjemand verloren. Irgendein Opi wird sich jetzt fragen, wo sind meine Sachen hin. Was ist das hier? Knockdown-Schild. Huh! Neben uns, airdrop. Ja. Oh, vier bis achtfach. Hier ist noch ein... Hier ist noch ein... Hier noch ein Zweier-Schild. Geil. Du... Guck mal, du hast das Lifeline. Komm mal her. Da hinten auch den Gegner. Hier direkt hier hinten ist, äh... Heilung. Alter. Wieso treff ich nicht? Hat... Gibt's da nen Bullet-Drop? Ja. Vielleicht deswegen. Zwei... Zwei fette Hints. Von hinten auch noch. Von hier irgendwo. Ja, oben. Lass weg. Lass weg. Lass weg. Ja, Sandwich ist irgendwie doof. Die werden alle zum Luke-Drop. Ich bin ja wirklich scheiße schnell mit meiner Ulti. Ja. Was macht denn meine Ulti? Äh, das wollte ich dir gerade erklären, bevor wir beschossen worden. Ja. Ähm, du kannst nämlich auch so nen Carepack gespringen, oder? Ah, soll ich das mal machen? Ja, vielleicht nicht hier. Ah, okay. Wie kann ich das abbrechen? Ähm... Ah, nochmal Y. Lass hier hin, da kannst du mal rufen. Nein. Ich bräuchte noch schwere Munition. Ach, hier. Ah, man kann da auch so... So, Heilkram. Mhm. Genau, das ist, äh... So, ja... Rüstung, Heilung... Ich muss mich mal kurz heilen. Sind wir noch Schroffland-Money übrig? Oder eher nicht? Hm, ne. Habt keine Schrotflüte. Energiemunition hab ich noch über. Was ist das? Die grüne? Wir müssten Löros jetzt auch noch... Die, äh... Ne, nicht die. Oh, jetzt hab ich sie weggeworfen. Hä? Ah, ja, die brauch ich. Das ist super. Das ist für die... Oh. Zone? Müsst fast in die andere Richtung irgendwie, ne? Ja, der ist halt... Ja, der ist halt... Perfekt. Wir sollten auf jeden Fall los. Oh, ein Knockdown-Schild. Das nehm ich mit. Hätten sind Füße. Oh, hier ist noch ein Magazinerweiterung. Ja. Ja, lass die den Ballon hinnehmen. Dann können wir... Äh, nochmal fliegen. Ja, da gehen gerade welche hoch. Komm her. Einer down. Nice. Champion's out. Meatwagon's having one hell of a day. Okay. Der bennehmt ihn gerade wieder. Ja? Ja. Ich seh nix. Achtung, Granate. So, ich mach mal meine Super-Attacke. Seh keinen. Wo sind die hin? Die sind abgehauen wahrscheinlich. Der eine ist irgendwo in diese Richtung geflogen. Ich hab ja einen gedowned hier unten. Irgendwie. Irgendwie. Durchgezogen. Äh, wo... Wo gehen wir denn dann hin? Ähm... Ja, wir wollten den Ballon nehmen. Bei die Zone. Ja, einfach in die Zone rein. Einfach hier so hin. Okay. Die Seilbahn nehmen hier hoch. Und dann dahin fliegen. Wie nehm ich die, ja? Einfach S drücken. Oder E. Oder E, je nachdem. Juhu! Das ist aber hoch. Ich hab Höhenangst ein bisschen. Geh ich da alleine weg? Ah ja. Ja. Hier runter zu dem Compound? Ja. Da! Einmal gegen den Berg geflogen. Äh... So, diese Muni brauche ich. Die da nicht. Der Schrot. Die wollte ich gar nicht. Die wollte ich. Die wollte ich. Oh, brauchst du da auch die grüne Muni? Ähm... Ja. Oh, ich will lieber die blaue, ne? Ey, hab ich dir das leider gerade weggenommen. Kann ich dir da was droppen? Das ist ein... Ne, brauchst du nicht. Oh, okay. Hier ist noch ne blaue Rüstung. Hab ich. Also Schild, wie kann ich das benutzen? Schild, Batterie. Ah, jetzt. Okay. Okay. So. Ich brauche noch schwere Munition. Hier liegt noch was, falls ihr das braucht. Impressions, äh, ciao für euch Schrofflinden. Äh, ne. Nope. Was hier? Drei bis vierfach. Das könnte ich gebrauchen. Kann ich dir droppen. Ja, wieso. Wir müssen jetzt mal eins hin. Ach, das. Oh, da. Ich hab das falsche gemacht. Da liegt das. Gut. Passt wieder. Äh, Schüsse? Da hinten. Kaum welche angefangen irgendwie. Ja? Landungsschip oder so. Hast du da ne Ulti wieder? Ja. Ja. Ich meinte, äh, Ne, ich mach nicht. Lungi. Wir nehmen mal das Teil hier. Damit kriegst du 20% auf deine Ulti. Äh, wie benutze ich das? Inventar aufmachen und, äh, den linken Stück drauf. Inventar und dann so. Okay. Regenerierst du 20%. Okay, 96% habe ich jetzt. Okay, wer nervt. Perfekt. Wenn es ready ist, kannst du es gleich mal direkt rufen. Hier ist nochmal holo. Ich schätze, dass der hinter dem Berg hier auf jeden Fall ist. Sohne sollten wir wieder auf. Äh, rechts von uns, rechts von uns. Okay. Markieren. Oben. Läuft oben am Berg lang. Oh. Ja. Ja. Hat einen dicken Hit. Ja, von mir auch. Lenke. Er ist da hinten. Läuft dort. Direkt hinterher. Ja. Hast du eine Ulti? Ja. Hedge? Ne, nicht du. Achso. Ja. Geh hinterher. Der ist hier. Äh, woher weißt du das? Ich sehe hin. Achso. Können wir sehen. Hat noch einen Hit. Das. Weiter hinten. Ah, jetzt hab ich noch gesehen gerade. Ja. Ja, läuft dort vorne. Lauf weiter, lauf weiter. Geh ich handen. Hat noch einen Hit. Verdammt ey, wie viel hat denn der aus? Genug. Reladen. Der ist hier links auch hier. Er ist weg. Ach, man steckt dich da oben. Ja, ohne. Was ein kleiner Schlawiner, ey. Wo denn? Der war dort oben. Ja, wir haben ihn schon. Ah, ist noch guter, sehr guter Lodge. Sehr, sehr guter Lodge. Ah, dann machen wir doch gleich mal noch ein bisschen Loot dazu. Kann ich hier so meine Ulti bringen? Nee. Da braucht freier Sicht nach oben wahrscheinlich, hä? Erweitertes schweres Magazin. Ah, ich weiß nicht, ob das... Ah, das bringt mir nix. Ah, das könnte ich gleich glaube ich nehmen. Kann ich das irgendwie sehen vorher, dass mir die Sachen nichts bringen? Ja, eigentlich schon, also... Eigentlich solltest es... Hier ist noch mal ein Ulti-Beschleuniger. Du kannst mal deine Ulti... Ah, oder? Doch, wir sind in der Zone. Ruf mal deine Ulti. Okay. Mir geht nicht hier. Ach so. Wir sind nicht... Unter freiem Himmel. Vielleicht... Oh, Schüsse direkt vor mir. Hier. Hier, ich mach hier hinten, äh, gibt's Heilung. Wie kann ich, äh... Granaten schmeißen? Mit G. Mit G. Ah, da muss ich's aber erst auswählen. Das ist meine Ulti. Wir haben dich zurückgezogen. Mhm. Lass dich raus. Ich finde es doof, dass man, äh, immer die Sachen erst auswählen muss. Und dann? Jetzt hab ich die Spritze ausgewählt. Dann muss ich's erst... Das geht mir irgendwie zu langsam. Weißt du? Ja. Auf, tausend. Der Einer hat einen fetten Hit. Ich bin... Warte, ich komm ums Eck. Direkt wieder. Halt durch, Hebinat. Durch, probier ich. So, Ulti. Könnt ihr eigentlich jetzt durch... Swamp und so aussehen? Ja. Also wir sollten los, die Zone. Den hinten bei Westen hab ich einen gesehen. Ist hinten raus, dort wo Lumpy hinläuft. Lass hier hin, wir müssen hier raus. Da ist einer. Hab ihn. Noch einer. Ja. Nein! Von rechts! Sorry, ich kann euch da nicht wiederholen. Ne, 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 alles gut. Ja. Der ist direkt bald vor mir. Hier, da ist in meiner Leiche. In meinem Body. Also ich bin hier... Alleine. Ah, ich seh... Ich seh zwei Stück. Die zwei Stück, die sind bei mir. Kommen auf dich zu. Ja. Komm jetzt direkt zu dir. Da kommt noch einer. Ja. Der wenigst mich. Ja. Doppelzeit. Gib ihm meine Schilder eine Recharge. 10 Sekunden. Der Ring ist gerade vor. Kann ich da auch markieren? Ja. Ah, ok. Der hat mich jetzt erschossen. Ich kann euch leider überhaupt nicht wiederholen. Oh man. Ne. Alles gut. Wir sind von überall. Ja ja. Mach einfach jetzt alle tot. Ah. Ah. Mit der Sniper von irgendwoher. Du hast ernsthaft die ganzen Kills gekriegt. Aber wir sind... Wir sind dritter. War doch gar nicht schlecht. Ja. Oder? Weil kein fünfter. Für unsere erste... äh... Runde. Zusammen. Ja. Da. Ja. Ja. Das war ein O. Scheiß. Muss ich jetzt äh... Was muss ich jetzt machen hier? Zurück zur Lobby oder?! Ja. Ja. Ich habe etwas Lilanes. Episch. Auszeichnen. Wahnsinn. Oh ich habe auch so ein Pack. Yeah man. Oh ich habe sogar zwei Packs. Jetzt. Jetzt kreuzlos. Alles. Epics, Epics. Junge, ein Lila ist Epik, oder? Epischer Waffenskin. Junge. Und was ist das? Ein ultra hässlicher Skin. Okay. Oh. Was Gelbes ist gut, oder? Was Goldenes. Ja, moin. What the fuck. Ja. Veggie bekommst. Lol. Das sieht schon geil aus. Was denn? Waffenskin für die Hemlock. Alter, was? Ja, moin. Ja. Welchen dann? Äh, Strömungsmechanik. Ja. Sehr schick. Also gefällt mir sehr gut. Muss ich sagen. Ja, moin. Wie kann man so viel Lack haben? Was ist denn Lack? Das ist komplett verdient. Was ist Herstellungsmedaillen? Äh, Metalle? Ja, aber kannst du die Skins und sowas kaufen? Also. Immer noch. Das Beste, was ich hab, ist die Feuerprobe. Bei, beim Flatline. Das sind noch nicht immer Ultis plus Epic. Ja, nur. Ja, das hilft bei euch. Ich hab nichts. Du kannst ja auch wie Christi. Ihr könnt den zu scheiß kaufen. Ja, nee. Epics, Epics, Jungs. Epics. Wie teuer ist denn das alles? Mal kurz vorher gucken. Hier, guck. Alter. Oder so wie Marco OPZ. Der hat sich ja, keine Ahnung, hat ein paar und 30 Euro dafür ausgegeben oder so. Ernsthaft? Ja, ja. Ja gut, wenn's Spiel nix kostet, dann kann man ja schon mal so ein Kufi reinhauen, ne? Genau. Für so irgendwas Optisches. Nur zu, ey. Ihr könnt auch gerne mir zum Beispiel einfach Geld geben. Ich kauf mir dann auch irgendwas Optisches. Mir bitte auch. Ja, genau. Jetzt nochmal dieselbe Konstellation, oder wie? Du kannst auch gerne was anderes spielen. Nee, ich bleib jetzt mal bei der. Das lief ja ganz gut. Ich mein, du hast ja dann nur verkackt am Schluss. Entschuldigung. Das ist so gut. Sehr leid. Was kann dieser Bloodhound? Ähm, der kann quasi Gegner in der Nähe spotten. Was? Wallhack. Der hat einen Wallhack eingebaut. Okay. Siehst, ich hab immer noch null Kills, hä? Ich hab den nur genockt, ne? Ach, guck mal, bloß einer. Ja, der macht das alleine. Ach, ich schätze wieder. Ja, mach doch mal. Ich würd sagen, Highload, oder? Am besten das Haus, das mittlere. Woran siehst du jetzt, wo da guter Loot ist? Das weiß man einfach. Nein, da hast du diesen klaren Kreis. Ah. Gefahren in Zone. Bei 1000 Metern ungefähr, immer genau. Und dann immer so eine Geschwindigkeit von 138 und 142 zu halten. Also immer so abdippen. Ja, die rechts von uns, die haben dieselbe Idee, glaube ich. Die gehen aber vorher runter. Dann fliegen wir jetzt einfach geradeaus, so. Ja. Wird aber nichts, das reicht, Mensch. Ja, ganz schaffen wir. Dann lass die hier hin, zu den Ballam. Ja. Dann fliegen wir da eben weiter nochmal. Die anderen, diese Orangen, die fliegen da weiter. Dann brauchen wir eigentlich, ja, ne, wir brauchen gar nicht mehr zu Highload. Nein, hier gibt es mega super Loot jetzt hier, pass auf, was ich gleich finde, alles. Ich kann direkt hierbleiben. Hier, ich hab schon hier so einen Wurfstern, hä? Was ist das denn? Schrotflinten-Knabe. Goldene Stalle einfach gefunden, okay. Lass mir was überhaupt. Geht hier durch, tak, 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 tak. Tch. Was ist das? Hier ist man da. Äh, noch ne Schrotflinte. Ich hab auch ne Schrotflinte. Na, da hier, äh, Moni. Ja. Alternator. Ich dachte schon, ich hör schon Steps hier, nein. Ein erweitertes, leichtes Magazin, sehr schön. Also, Big Loot war hier nicht. Nee. Nope. Und von da vorne kommen, glaub ich, schon welche. Lass da hängen, denn zu den Schüssen. Wenn die den guten Loot haben. Du sollst abstatten. Ja, das machen wir so, genau. Wir lassen, warum auch selber looten? Was soll dat? Hochwertige Beute. Da vorne, genau da. Aber ich hab nur, äh, nah kam vor dem. Da sind welche von hier unten runtergedrobt. Ich sag ungefähr wo, ich mach mal nen Wallhack. Ah, ja, gesehen. Von oben? Wo war das? Auf einen. Sehr schön. Hab ich. Also, eine Schrotflinte im Nahkampf ist nicht schlecht. Der hat hier grad gelootet. Oh, schon wieder die Triple Take, die nehm ich gerne. Achso, jetzt muss ich was wegschmeißen. Immer das hier weg. Alles. Ähm, was ist der Unterschied zwischen einer Schild-Batterie und einer Schild-Zelle? Ähm, Batterie macht glaub ich dein Ganzes voll und Zelle immer nur so ein Kästchen. Okay. Ähm. Hier liegt noch eine Spitfire, falls das jemand braucht. Hab ich schon mal nicht. Würde ich eigentlich nehmen jetzt Split. Ähm, nee, ist das alles umgehen, ne? In der blauen Kiste. Feuer Modus Receiver. Okay. Ah, nice. Easy. Ähm, hier oben liegt noch ein, eine blaue Kiste. Oh, blauer Helm. So, was ist das? Auf die Hilfe von irgendwas. Wieso sieht die denn jetzt nicht? Hey, ich hab noch was für die Schrotflinte. Ja. Aufschützen? Nein. Das ist für die Schrotflinte. Hey, hier oben, das lila, ne? Achso. Okay. Also hier ist, wie gesagt, noch ein Magazin, ne? Dann noch warten. Ja, das, ja genau, das kann ich jetzt nur mitnehmen. Bringt mir aber nichts. Ne, kann ich nicht mitnehmen. Geh hier, äh... Jemand noch ein Sechsfach? Gerne. Gucken, ob's passt. Klar doch. Ah, kann ich das andere dann auf meine... Schrot machen? Nee. So, jetzt hab ich... Hatte ich vorhin auch diese Waffe? Äh, ich dachte. Aber die hat auch fünf Schuss. Das ist, glaub ich, auch sowas wieder. Sowas ähnliches wie Sniper, hä? Wie heißen die? Triple Take. Das... Watch? Das... Sag mal, ja. Leg mal hin. Wie leg ich die hin? Danke. Äh, ne, einfach rauswerfen aus dem Inventar. Achso. Ich will nur kurz raus gucken. Ich glaube, das ist... Äh... Äh, ne, okay, kannst du wieder nehmen. Ich glaub, das wäre eine... Äh, links... Die Highload-Waffe. Manchmal spa... Also es gibt hier nämlich Waffen, die sind Gold. Und die haben dann direkt komplett equippte... Sachen drauf, alles in Gold und so. Ah, okay. Die Waffe, die du hast, die hab ich auch noch nie gespürt. Ich... Ich dachte eigentlich, dass das eine Airdrop-Waffe war, aber... Uuuuuh! Juhu! 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 Wir rutschen durch den Sand. Interessant. Zweifach, ja. Hier ist ja auch, ähm... ...Energ-Money. Hier ist irgendwie doch eine Rotflinte, wenn jemand braucht. Einen G-Money? Ne, das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Hier sind ganz viele Waffen, auf jeden Fall. Oh, hier ist noch ein... äh, 4- bis 8-fach. Erweitert das Mech bis hier noch? Jetzt ist nur noch ein 6-fach. Höh. Hier, ähm... Nein. Das brauch ich gar nicht. Komisch. Das ist ein Flatland. Hm. Also hier war jetzt ganz guter Loot, würd' ich sagen. Ja, das fand ich schlecht. Weit'n jetzt? Warum? Ach! Hast du, du hast doch deinen... kannst doch einmal deinen Airsoft betrachten. Chris ist online. Jetzt, ja. Ja, ja. Mal so, wenn's so... wenn du mal... von dir aus denkst, das ist sicher. Ja, super. Hier oben kann ich den nicht rufen, aber hier kann ich den rufen, oder... ...bescheuert. Sehen denn andere, dass ich den dann hole? Ja. Der kommt ja aus dem Himmel wieder. Guck mal, guck mal nach oben. Chris ist online. Sitz, was hab ich gesagt? 20.30 Uhr. Ja. Oh, erweitertes Schweres-Magazin. Ja, hier ist noch ein Liederner-Helm. Jo, dafür ein Blauer jetzt. Brauchst du denn? Probier nicht. Äh, nee, brauch ich nicht. So ist das also. Naja, wer so spät kommt. Lumpy, ich glaub, wir müssen dich dann mal verlassen. Was? Ja. Ja. Du wirst ersetzt. Für uns, für unseren... ...wird es verkauft. Ihr wollt den besten Mann rausschmeißen, ja selber schuld. Wir müssen unsere Mod-Position ausnutzen. Von mir aus kann ich auch enden. Also mir ist es egal. Wer geht's? Ja, der Bull ist ja auch noch da. Genau. Vielleicht. Wenn er dann keinen Bock hat. ... 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